Grüß Gott und herzlich Willkommen zur neuen Lektion zur Geschichte der Mathematik. Wir beginnen in dieser Lektion mit dem vierten und letzten Block, in dem es um die Entwicklung in Mitteleuropa bis zur frühen Neuzeit gehen wird. Diese Lektion ist dabei der Algebra gewidmet, da diese sich in Europa eher langsam von der Arithmetik emanzipiert und auch Wechselwirkungen zwischen Algebra und Arithmetik bestehen, kommt auch noch so ein bisschen Arithmetik dazu. In sich ist diese Lektion strikt chronologisch aufgebaut und auch in dieser Lektion wird es nicht ausbleiben, sich bei den etwa vier bis fünf Jahrhunderten, die hier zu betrachten sind, auf einige Schlaglichter zu beschränken. Wir hatten in der letzten Lektion bereits erfahren, dass Al-Qarizmi Lösungsverfahren für quadratische Gleichung kannte, die der heutigen PQ-Formel entsprechen und via quadratischer Ergänzung geometrisch begründet wurden. Bis auf die fehlende symbolische Notation und die zur Vermeidung negativer Koeffizienten nötigen Fallunterscheidung sind wir also etwa so auf dem Stand Ende der Unterstufe. So arg viel Neues kommt da in Europa über die nächsten 500 bis 750 Jahre nicht hinzu. Das mag auch damit zusammenhängen, dass Gerbert von Aurillac, der spätere Papst Silvester II., nicht ganz so erfolgreich darin war, wie er vielleicht erhofft hatte, die indo-arabischen Ziffern zu fördern. Diese sind noch gut 500 bis 700 Jahre so etwas skeptisch betrachtet worden, wie vieles, was aus den als heidnisch betrachteten islamischen Ländern kam, gegen die man ja bis Ende des 13. Jahrhunderts auch noch diverse Kreuzzüge geführt hat. Noch vor dem Ende der Kreuzzüge im Jahr 1202 erscheint Leonardo von Pisas Werk Liba Abaci. Leonardo ist auch unter dem Namen Fibonacci bekannt und sein Werk etabliert im aufblühenden Norditalien die Verwendung der Ziffernschreibweise und umfasst einen großen Teil des indo-arabischen Wissens auf dem Gebiet Algebra und Arithmetik. Das Spätmittelalter ist dann durch einige Verheerungen gekennzeichnet, den 100-jährigen Krieg zwischen England und Frankreich und die große Pest im Jahr 1348-49, der wohl über 15 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind. Daran anschließt sich im Übergang zur Neuzeit eine kulturelle Blüte, die in der Renaissance mündet. 1450 kommt mit Gutenberg der Druck mit beweglichen Lettern in Europa an, der zu einer massiven Erleichterung der Verbreitung von Druckwerken beiträgt. 1494 erscheint Luca Paciolis Summa de Arathmetica Geometria Proportioni a Proportionalita, ein wichtiges Überblickswerk der Renaissance-Mathematik, das auch Lösungen ausgewählter biquadratischer Gleichungen enthält. Das 16. Jahrhundert ist in Deutschland die Zeit der Rechenmeister, am bekanntesten wohl Adam Ries und der sogenannten Kossisten, was eine spezifische Form der Algebra darstellt. Hier wäre vor allem Christoph Rudolf zu nennen, dessen Werk eben auch die Koss heißt und außerdem Michael Stiefel, der hat so eine Überarbeitung von dieser Koss herausgegeben und in seinem Werk Arithmetica in Tregra kommen vermutlich auch negative Koeffizienten bei quadratischen Gleichungen vor. Als Lösung von Gleichungen hat er diese negativen Zahlen aber immer noch nicht akzeptiert, aber er hat dort die heute übliche Potenzschreibweise eingeführt. Die Kossisten haben das noch etwas anders gemacht. Mit Delferro, Tartaglia, Ferrari und schließlich Cardano werden wiederum in Italien erhebliche Schritte bei der Lösung kubischer und biquadratischer Gleichung gemacht. Das alles wohlgemerkt immer noch, bevor sich eine halbwegs standardisierte symbolische Darstellung für algebraische Terme und Gleichung und erst recht ein Gleichungsumformungskalkül entwickelt. Das alles wird sich erst ganz langsam, beginnend mit François Viet, über René Descartes und Gottfried Wilhelm Leibniz entwickeln. Erst die 1770, also schon zu Zeiten des niedergehenden Absolutismus erschienene vollständige Anleitung zur Algebra von Leonard Euler, hat dann so ungefähr die heutige Notationsweise. Bei Gauss findet sich dann erstmals ein vollständiger Beweis des sogenannten Hauptsatzes der Algebra. Also eine Gleichung vom Grad n hat genau n komplexe Nullstellen, wenn man Doppelzählungen berücksichtigt. Und schließlich findet die klassische Algebra, das ist die Algebra als Theorie des Lösens von Gleichungen, ihr Ende im Prinzip mit Evarist Galois oder ihren Abschluss. Galois kann zeigen, dass es ab Grad 5 keine Lösungsformeln mehr für Gleichungen geben kann. Und dann geht so langsam die Algebra von der Theorie des Gleichungslösen über zur Theorie algebraischer Strukturen, wie sie heute noch an Universitäten gelehrt wird. Bevor wir uns etwas näher mit Fibonacci beschäftigen, vielleicht ergänzen noch ein paar Worte zur historischen Entwicklung uns vertrauter Operationssymbole. Ich schreibe ja hier jetzt meistens vereinfachend die Sachen in moderner Notation auf, aber man muss sich einfach mal klar machen, dass viele uns vertraute Symbole gar nicht vom Anfang da ab, lieber Abbaci, mit dabei waren. Da sehen Sie, okay, den Bruchstrich verdanken wir scheinbar diesem liebe Abbaci, beziehungsweise der Fibonacci hat das natürlich auch von irgendwelchen islamischen Mathematikern sich abgeguckt. Plus, minus überhaupt erst bei dem Wiedmann, das ist so ein Kursist. Rudolf ist auch ein Kursist, da gibt es zum ersten Mal für Radix oder Wurzel dieses Zeichen, aber da wurde das immer noch nur vor die Zahl geschrieben. Dieses mit, dass das so ganz drüber geht, das gibt es dann erst Abtikat. So, das hier meint übrigens, ich musste erst nachgucken, aber das heißt tatsächlich kleiner und größer und soll jetzt nicht das Zeichen für Skalarprodukt sein in der Zeile, also da, sondern gucken. Das ist doch einigermaßen verblüffend. Was man dann aber, ich habe jetzt zum Teil auch noch drauf, wie das dann im Original geschrieben ist, nur damit man mal sieht, wie umständlich das dann doch teilweise wird. Kommen wir noch mal zum lieber Abbaci, was ist da so drin? Dieses Buch vom Fibonacci, also das, was da abgebildet ist, die Seite, wo die berühmte Kaninchenaufgabe drauf ist, aber die kommt dann gleich noch. Sonst ist das im Grunde genommen, hat der halt so alles Mögliche aus dem arabischen Raum zusammengetragen und auf Latein beziehungsweise Italienisch oder was zu der Zeit halt so Latein hieß, übersetzt. Arithmetik, Algorithmen, Algebra, ganz wesentlich angelehnt an Al-Qwarizmi, aber auch ein paar Sachen aus griechischen Quellen, insbesondere aus Diophant und so integriert und hat auch wieder, das bleibt jetzt quasi Konstant-Thema, eine wichtige Frage, so an der man festmachen kann, ab wann wird Algebra selbstständig, ist die Frage, wird Null als Lösung akzeptiert von so einer Gleichung, werden negative Zahlen akzeptiert, werden insbesondere negative Koeffizienten akzeptiert und müssen die Lösungen homogen sein, also muss ich mir unter A mal X immer eine Fläche vorstellen. Und bei Leonardo von Pisa ist das aber noch ganz klassisch, ich muss diese ganzen verschiedenen Fälle von quadratischen Gleichungen, das dürfen ziemlich dieselben sein wie letzte Woche beim Al-Qwarizmi unterscheiden, weil eben alle Zahlen positiv sein müssen und man diese Homogenitätsforderungen weiterhin hat. So, unten ist so ein typisches Beispiel, wie so quadratische Gleichungen üblicherweise vorkommen, ganz oft Teilungsaufgaben und ganz oft was mit 10, ich teile 10 in zwei Teile und ich dividiere dieses durch jenes und jenes durch dies und ich erhielt 10 Drittel. So, wir würden das so aufschreiben, ich teile die 10 in zwei Teile, also habe ich einmal X und dann habe ich noch 10 minus X und jetzt nehme ich dieses geteilt durch jenes plus jenes geteilt durch dieses, also dieses ist X und jenes ist 10 minus X und das dann nochmal dazu und das ergibt zusammen 10 Drittel und jetzt kann man schnell überlegen, dass das auf eine quadratische Gleichung führt, wenn man das einfach brav ein bisschen rummultipliziert und so steht ja über dem Bruch nirgendwo was mit einer höheren Potenz als X und auch nur ein X, also wird da irgendwas quadratisches bei rumkommen. So, die berühmte Kaninchenaufgabe. Ein Kaninchen wirft vom zweiten Monat an in jedem Monat genau ein junges Kaninchenpaar. Dieses und alle Nachkommen verhalten sich ebenso. Wie viel Kaninchenpaare sind nach einem Jahr vorhanden, wenn kein Kaninchen stirbt oder aus dem Stall entflieht. Dieses berühmte Problem führt auf die nach Leonardo von Pisa benannten Fibonacci Zahlen. Wir folgen hier mal eine Erklärung, die sich ohne Urheberrechtsverletzung so etwas an Hans Magnus Enzensbergers schönem Kinderbuch der Zahlenteufel anlehnt. Also die Kaninchen, wenn sie noch nicht geschlechtsreif sind, die mache ich noch so ein bisschen weiß und unschuldig und ich schreibe mir die ganzen Generationen hin. Also wir haben ein Paar Elternkaninchen. Bislang im ersten Monat noch keine Kinder, keine Enkel, Urenkel. Also ein Paar. Jetzt geht es weiter in den zweiten Monat. Was sich da ändert? Ja, unser Kaninchenpaar, das ist jetzt geschlechtsreif und dafür habe ich das mal braun gemacht. Kinder und Enkel haben wir aber noch keine. So, jetzt geht es erstmal in den dritten Monat. Da ist unser Kaninchenpaar Eltern natürlich immer noch geschlechtsreif und wir haben ein paar Kinder. So, und wenn wir jetzt gucken, was passiert, wenn wir in den vierten Monat gehen. Natürlich haben wir da noch mal die Tiere aus dem dritten Monat, aber jetzt kommt halt wieder was hinzu. Das erste, was passiert ist, naja, wir kriegen ein neues Paar Kinder und das Kinderpaar, was wir hatten, wird geschlechtsreif. Insgesamt haben wir jetzt drei Paare. So, jetzt geht es dann in den fünften Monat. Also kann ich das wieder sagen. Also ich habe halt wieder die Tiere aus dem letzten Monat, aber die Änderung, die ist, das Elternpaar macht jetzt wieder ein neues Kinderpaar. Das vorherige Kinderpaar wird geschlechtsreif und das im letzten Monat geschlechtsreif gewordene Paar, das zeugt jetzt ein erstes Paar noch nicht geschlechtsreifer Enkel. So, und jetzt geht das so weiter. Im sechsten Monat habe ich wieder die ganzen Kanickel aus dem Vormonat, die weißen werden wieder braun und alle braunen des Vormonats erzeugen ein neues Paar Kinder und das geht so weiter. Für den siebten Monat kann ich mir das ganz genauso überlegen. So, jetzt ist das aber mit diesen weißen und braunen Kanickelpaaren auf Dauer, wenn wir das jetzt so weitermachen wollten, für 52 Wochen, die so ein Jahr hat, vielleicht etwas lästig und deswegen schauen wir uns jetzt mal die Anzahl der Paare an und überlegen, ob wir da nicht ein Bildungsgesetz finden können. Und das Bildungsgesetz, was auch schon Fibonacci kannte, ist eben, dass wenn ich mir im dritten Jahr mal die Anzahl der Kanickel anschaue, dann ist das genau die Summe der Kanickel aus dem ersten Jahr plus der Kanickel aus dem zweiten Jahr und das geht tatsächlich so weiter. Wenn ich im vierten Jahr schaue, ist das die Summe der Kanickel aus dem zweiten Jahr plus die Kanickel aus dem dritten Jahr. Und das geht immer so weiter. Ich habe also, wenn Sie das mathematisch notieren wollten, F von N plus 1 gleich F von N plus F von N minus 1. So geht das immer so durch, also immer die Summe der Folgenwerte der beiden vorherigen Jahre und das kann man natürlich erst ab dem dritten Jahr so aufschreiben. Erstes und zweites Jahr sind quasi die beiden Anfangspaare, die man braucht. Wie entwickelt sich das nun bis Ende des Jahres? Beziehungsweise schauen wir vielleicht auch noch mal, was wäre nach zwei Jahren? Weil die Zahlen jetzt sehr groß werden, wechsle ich mal die Darstellung und beginne mit einem Würfel und der Würfel wächst jetzt immer so, dass das Volumen gerade die Kaninchenzahl angeben würde. Nach einem Jahr ist das dann noch nicht so gewaltig. Da sind wir erstmal bei 144. Aber wenn das wirklich so weitergehen würde, noch ein ganzes zweites Jahr, hätten wir schon 46.368 Kanickel. Da wird es im Stall schon eng. Und was sich dann gar nicht mehr gut darstellen kann, am Ende des dritten Jahres hätten wir schon knapp 15 Millionen Kaninchen. Die kriegen wir wohl nicht mehr in den Stall. Schon von einem etwas anderen Kaliber ist das folgende offensichtlich eingekleidete Problem der gefundenen Geldbörse. Vier Männer finden eine Geldbörse. Wenn der erste seinem eigenen Geld das aus der Geldbörse hinzufügt, wird er doppelt so viel besitzen wie der zweite und der dritte zusammen. Wenn der zweite seinem Geld das aus der Geldbörse hinzufügt, wird er dreifach so viel besitzen wie der dritte und vierte zusammen. Wenn der dritte seinem Geld das Geld aus der Geldbörse hinzufügt, wird er viermal so viel besitzen wie der erste und der vierte zusammen. Und wenn der vierte seinem Geld das aus der Geldbörse hinzufügt, wird er fünffach so viel besitzen wie der erste und zweite zusammen. Tja, wie viel Geld war in der Börse und wie viel Geld besitzt jeder der Männer? Schreit doch förmlich nach der virtuellen Tafel. So, wir schreiben das jetzt mal mit heute üblichen Variablen auf. Vier Männer finden eine Geldbörse, deren Inhalt nenne ich mal G. Wenn der erste, ich nenne jetzt die Leute, den ersten, zweiten, dritten, vierten, die nenne ich mal A, B, C, D. Wenn der erste seinem eigenen Geld, also A, das Geld aus der Geldbörse, also plus G hinzufügt, wird er doppelt so viel besitzen wie der zweite und der dritte zusammen. Andererseits wird der zweite, wenn er das Geld hinzufügt, ist wieder B plus G so viel besitzen wie dreimal so viel wie der dritte und der vierte. Andererseits wird der dritte dann mit der Geldbörse zusammen so viel besitzen wie das Vierfache vom ersten und dem vierten zusammen. Und wenn der vierte das Geld aus der Geldbörse seinem Geld hinzufügt, wird er das Fünffache besitzen wie der erste und der zweite zusammen. So, jetzt habe ich hier also Gleichungen, eins, zwei, drei, vier Gleichungen und fünf Unbekannte. Naja, was wird das wohl sein? Ich schreibe das mal ein bisschen anders auf, schön brav sortiert. Also nehme ich mal die erste Gleichung her, die schreibe ich auf als A. Jetzt hole ich das mal auf die andere Seite rüber, minus zwei mal B, minus zwei mal C, D kommt nicht vor, plus G ist dann gleich 0. Und jetzt kann ich das so weitermachen. Für die zweite Gleichung kriege ich B, minus drei mal C, minus drei mal D, plus G ist gleich 0. Und für die dritte Gleichung habe ich auch das C und ich habe minus vier mal A. Achso, da gehört der Malpunkt hin. Plus C, was haben wir da? Minus vier mal D, vier mal D plus G ist gleich 0. Und dann habe ich noch die letzte Gleichung, da habe ich D plus G und minus fünf mal A und minus fünf mal B. So, jetzt habe ich hier ein bisschen wenig Platz, beziehungsweise ist das vielleicht auch nicht so sinnvoll. Natürlich kann ich so ein Gleichungssystem ganz normal mit Gauss-Verfahren lösen. Allerdings, weil ich fünf Unbekannte habe, vier Gleichungen, bleibt da ein Parameter stehen. Ich schreibe Ihnen jetzt mal die Lösung dazu, die nach G parametrisiert ist. Und die lautet A ist gleich, und da kommt direkt das Problem, minus elf, ein Elftel G. B ist gleich vier Elftel G. C ist gleich ein Elftel G. Und D ist gleich vier Elftel G. So, jetzt steht bei Pacioli dann, ach, so jetzt steht dann beim Fibonacci da drin, diese Aufgabe hat keine Lösung, es sei denn, der erste Mann hat Schulden. Ich meine, Sie könnten auch noch sagen, wenn alle anderen Schulden haben und der erste hat Guthaben, das wird auch noch funktionieren. Vielfache von elf sollen Sie für die Geldbörse nehmen, aber es können dann nicht überall positive Zahlen sein. Und an sich gilt das zu dieser Zeit noch nicht als Lösung, wobei man Fibonacci anrechnen muss, dass er schon erkannt hat, es würde funktionieren, wenn der erste eben ein Elftel des Betrags, der in der Geldbörse ist, an Schulden hatte. Dann kann das stimmen, was da oben steht. Damit sind wir auch schon am Ende von Teil 1 angelangt. Für Sie habe ich wieder ein paar Schnitzel in diesem Video versteckt.